hallo leute und willkommen zu einer weiteren finalen let's play folge in ls 17 auf der map suba susu mein spiel spinnt immer noch irgendwie ruckelt das ich hoffe das ist jetzt nicht ganz so schlimm wenn wir was ist denn das dafür in sandhügel auf einmal wenn wir das hochladen und ihr es euch angekommen ich hoffe da ist es nicht ganz so schlimm aber ich habe jetzt auch keine lust das spiel komplett neu aufzusetzen irgendwo muss ich glaube ich irgendwas auf einmal verhakt haben weil es ging sonst immer es war nie so unflüssig wie jetzt was ich ganz komisch finde deswegen lassen wir es jetzt einfach so und kann ich jetzt nichts daran ändern im normalen player modus ist das auch vielleicht liegt es weiß ich nicht vielleicht doch an der neuen version ich weiß es nicht wir sehen es auf jeden fall noch was passiert und ich wünsche euch viel spaß bei der folge wieder und jetzt auch dabei ja fast vergessen stimmt jürgen daran könnte es vielleicht liegen weiß ich nicht ich habe den hänger voll gemacht er ist nur halb voll muss ein arrestiert liegen er hat meinst du bei dem mann bei mir ich habe keine ahnung ich habe das spiel ist gerade nur schnell ein singleplayer noch einmal schnell angemacht ihn zu gucken keine ahnung vielleicht auch nur grafikpack wieder ja an das könnte es vielleicht liegen weil es geupdatet habe weiß ich nicht will ich zwar jetzt nicht beschwören aber das war das einzige was ich geändert habe aber der hänger ist nur halb voll da war vorher ganz voll die diebe aber bei mir ist er ganz voll du musst ihn bestimmt schließen hier einfach mal an oder wird dann voll sein bestimmt dann bei mir ist er ganz voll okay ich komme hier durch kommen durch kommen durch ja ich weiß aber ich komme durch mit acht und krach so ich glaube es ja genau wir haben ja das ab gepatcht könnte es vielleicht dran liegen aber ist ja jetzt nicht so schlimm wir schaffen das jetzt auch noch mal so so leute daran könnte es liegen ich weiß nicht ob es daran liegt dass es gepatcht haben die map und nicht neu angefangen haben die schaufel brauchen wir eigentlich nicht mehr wenn du da alles aufgehoben was kann die eigentlich auch weg wo sind pellets ich habe da nicht schweinefutter glaube ich was zu viel war das schweinefutter hingeschmissen ich ja du klingst an wie meine frau ich habe immer schön allgemein jürgen hat immer schon wenn was passiert jürgen hat schuld aus erfahrung was ist das jetzt schon wieder an zu haken jetzt noch mal schnell wieder das ist denn das auf einmal ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ja mal gut ist noch alles 17 ist geschichte wir haben es fast geschafft irgendwas hier ganz vergessen habe zu sagen die letzte schweinefutter soll ich doch was sie ganz vergessen zu sagen die letzte folge die wir gerade aufgenommen kommt heiligabend und diese vollkommen wahrscheinlich auch am heiligabend raus ja es ist weihnachten ja weil ich dachte mir in der weihnachtswoche zwischen 24 und 31 da können wir dann die letzten folgen alles 17 dann raus sollen das finale vielleicht machen wir es auch nur am 24 und 31 das kommt an wie viel folgen wir hinkriegen das werde ich dann noch sehen weil jetzt sind wir bei ersten folge das ist jetzt die zweite folge die wir aufnehmen und ich glaube es wird auch noch eine dritte das kann ich aber nicht versprechen so verkaufen ja und verkaufen ja dann wollen wir zurück waren auch mal den nächsten da können wir jetzt den gruber holen wir haben auch so viel zu verkaufen jetzt irgendwo noch eine gabel für was die beiden die liegt hinten bei den ballen in den unterstand wollen wir dafür weiß ich nicht so mal den großen platten wagen holen oder was haben wir stehen habe ich ja stimmt den haben wir ja stehen habe ich ganz vergessen genau dann werde ich gleich noch mal eine rutsche werde ich noch mal oder bis welche in der nächsten folge und habe ich noch mal das korn weg schon mal wenn du gewollt habe ich jetzt so verstanden fängst du mit ballen an aber ich verstehe nicht warum das hier so hart ich verstehe das nicht ich glaube ich auch vor dem grafikpack drin irgendwie bewegen sich meine reifen kaum noch wenn ich vollgas gebe das stimmt doch hier nicht so ich sehe dich an am schweinemast vorbei rasen so was hat er sowas hier sind zwei verschiedene an der seite steht auch noch einer so leute so sagt dass das so stuttert ich verstehe es nicht warum wo hattest du es denn hingefahren das korn das ist noch am hänger moment hatte ich von agrarhandel ja okay warum fährst nicht das ding einfach zu dir dann brauchst du nicht so weit mit dem ball fahren das ist noch zwölf hundert art er land getrocknete ist gucken wir mal das ist da unten also gerade runter und am shop lang okay ich weiß so das gute ist wir brauchen nur einmal fahren der manns kann gleich beide mitnehmen sondern fangen wir mal rückwärts daran das regt mich so auf ich weiß nicht von was das kommt also vom rechner her leute kann es nicht sein ich habe nichts verändert in den letzten folgen hat sie auch immer geklappt können wir hier noch was dran hängen ach egal das mal so so fahren wir mal zum land haben und verkaufen mal als letzte getrocknete getreide und dann können wir uns auch schon mal leicht an den mais schnappen noch haben ich weiß nicht woran das hier liegt so jürgen und klappt mit dem ballen ich kämpfe also ein bisschen mehr als über 120 ballen machen habe ich erstmal ein abgeladen weiß man blind du kannst den kleinen traktor erstmal nehmen da könntest du was dran hängen wenn du willst jetzt hat es gerade wieder klappt ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht was hier los ist leute ihr könnt doch meine kommentare schreiben warum ihr wisst woran der bank hängt aber aber ich werde zwar dabei belassen es ist sowieso das finale wird es kein großes daran machen ich wollte auch einfach nicht ich hätte auch einfach wahrscheinlich das let's play einfach ausmachen können sagen so tisch aus vorbei aber das dachte ich mir das wäre doof und jürgen wollte ich auch nochmal mit einbeziehen man könnte da kann er auch dann nochmal sein fazit und tschüss später sagen deswegen dachte ich mir machen wir das hier so ein bisschen verkaufen ne jürgen das sehr nett von dir danke und wir werden bestimmt auch im ls 19 was machen aber da warten wir bestimmt beide noch erstmal auf die richtige map die rauskommen muss weil oft ich bin irgendwie auch kein fan von denen die gerade wirklich laufen ich auch nicht und vor allem nicht dieses bausystem von denen von den höfen ich dachte wo ich es gehört habe das hört sich so gut an selber höfe bauen ja aber das da das ist ja es ist nicht schlecht es ist nicht schlecht aber es ist auch nicht fertig nein das einzige wo es dran hapert und krank ist die bohnen um jemals also weil du kannst nicht alles eingleichen das ja aus dem gegen spiel heraus hier das was da nicht da geleistet haben nein danke ja sie hätten vielleicht dass du so eine grundplatte einfach hinstellen kannst du mit riesiger und wurde dann die sachen drauf platzieren kannst wo das alles gerade ist verstehst wie ich meine ja mehrere gerade flächen hätten wir machen wollen ja ja nicht sagen kann ruhig wenn ich sein aber nicht so berg und tal also das war zu viel das kannst du nicht alles anpassen ja ich glaube das ist auch eher so gedacht dass die alten gerades feld kaufen darauf machst was ist denn hier los mit den hängern ja aber so leicht gerade geht das schon und vor allem dass das anpassen wenn du eine pech hast hast du teilweise auf der einen seite dass das total hoch geht ja mal gucken die modder sind ja auch schon fleißig am modden und am machen was hat das eigentlich was du dich schon mit beschäftigt ich habe vorhin in der let's play folge bisschen gespritzt das wegen dem unkraut macht das ein unterschied wenn ich den unkraut drauf lasse und ernte das weiß ich nicht so weit wie gleich gekommen also ich habe noch nicht unkraut gehabt ok und ich habe lohnarbeiter gemacht da gab es noch keine unkraut vernichtungsaktion ok weil ich habe dann auch im dienst angefangen habe ich einfach als manager und da kommst du nicht weit mit 1,2 millionen das geht nicht ich habe es mehrmals versucht anzufangen mit einem normalen pend und so weiter aber du kannst ja mit den maschinen auf dem grund was vorgegeben ist kannst du nichts bestücken es geht nicht deswegen habe ich ja gleich in richtige maschinen investiert kaum geld gehabt also nur als lohnunternehmer zu arbeiten gemacht soweit bin ich noch nicht gekommen ok heute habe ich an die volksbrunnen heruntergeladen und jetzt fange ich damit an und dann schauen wir mal wie es funktioniert am gras machen ich sehe wir haben 160.000 liter mais ja dann viel spaß wo hast du denn die gefunden die map weißt du noch mal im watthauser da gibt es schon die zweite version ich habe die also müssen wir so runtergeladen ok elf stunden draußen ok das ist immer mein einsteiger map gewesen schon immer gewesen egal ob es ein 15er war oder 17er war wie ist die normal volksbrunn ok ich glaube die kenne ich auch ja volkshill hieß es damals das ist eine umgebaute netten ja ja ganz minimal umgebaut das heißt also ist nur so weit umgebaut dass da die landschaft ist es das gleiche nur der hof ist umgebaut ok du hast einen hof, du hast einen fertigen hof mit den grundlegenden sachen und äh es hat ja damals vorgehabt also mich reinrassig in die milchwirtschaft zu machen war das alles so bauer willhem wo war der denn da muss ich da lang ok dann aufzubauer willem bauer willem ist da wurde wo ist das nicht der wo du deinen schweinefutter machst ne das glaube ich bauer lös oder lös ich muss glaube ich hier lang leute oder einer gabel hier haben die probleme welche ersten die rot oder die schwarze die rot hatte ich genommen weil mit der könnte es ein bisschen höher stapeln mit der schwarzen kannst du knapp 4 aufnehmen das hört sich nach viel action an was du da machst so was ist passiert die rettet lass uns teilhaben sechs bein runter geworfen jürgen das ist das sieht aber gut aus ich lade nämlich den wagen von hinten und schieb alles nach vorne und aber du kannst dir ruhig den kleinen hänger nehmen und die zu dir fahren da brauchst du nicht den ganzen weg die ganze zeit fahren ich war gerne trecken und ich habe mich verfahren ist wir müssen da lang denkst du die nachbarn haben was dagegen wenn ich mal durch den vorgarten fahren glaube ich nicht nur keine spuren hinterlässt außerdem ziehen sie sowieso bald alle oben und wenn man die andere haben und das schlummert ja richtig viel kohle wir kriegen circa 1000 euro pro tonne 160 tonnen haben wir ja das bringt so einiges also der mannssänger hat jetzt 26.000 gebracht gewöhn dich nicht an die preise vergisst sie ganz schnell ich habe auch schon überlegt ich hätte doch vielleicht den vorgefertigten hof nehmen sollen der sieht auch vor allem besser aus jetzt auf meinen ls 19 auf felsbrunn habe ich ein silo stehen habe eine unterkunft stehen hier so ein unterstand habe mir jetzt ein fahrsilo eingebaut dachte ich mir ja für die kühe bisschen silage machen ja da war so ein schöner kleiner schotterweg am hof das auf bestimmten fahrsilo sein sollte mal was ich auch drauf gesetzt habe so und was passiert und dann fahrsilo ist eine große betonplatte dachte ich mir toll jetzt sieht das echt miss auf weil das war so ein weg wurde rechts abgefahren ist wahrscheinlich rüber gefahren und links wieder rauf weiß wie ich meine ja 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 so ein kleiner schöner erdweg dachte mir da bauen wir das raus passt auch genau so ich verkaufe wie das silo auf der hoffnung dass das ding weg ist ich das dann einfach mittiger stellen kann hab zwar wieder 7.500 euro verlust so verkauft dieses komische olle fahrsilo aber die betonplatte bleibt ich bin gestern verrückt geworden das verstehe ich nicht wenn wir da irgendwas gebaut hast und wieder verkauft das habe ich auch bei anderen gesehen da bleibt immer der betonplatte da musste diesen komischen war so ein grauen da kaufen die komische weise aber das ist ja das ist echt totaler misst ach misst leute wir wollen ja hier nur so jürgen ich würde schon sagen wir sind jetzt aber schon wieder fast bei 20 minuten ach komm wir machen noch ein bisschen bisschen machen wir noch also wir müssen bestimmt noch jede menge machen es ist doch nur so alles ach wisst ihr was leute wir teilen das noch mehr folgen auf das finale ich sage euch auf wiedersehen wir sehen uns zur nächsten folge folge nummer drei sehen wir uns dann zum beim großen staffelfinale von ls 17 auf der map sibba susum jetzt darf euch jürgen noch mal tschüss sagen tschüss bis gleich oder bis nachher ich weiß noch nicht wann die folgen kommen auf jeden fall bis nachher tschüss